Von hier aus am besten. Och, Mann. Och, Mann. Och, ungeschickt. So. So. Gut gemacht. Was ist das hier? Ein Loch? Mit einem Knopf? Nein. Sollt's den Knopf drücken. Oh, nein. Nein, nein, nein. Wieder Ohrenvergewaltigung. Oh. Warum? Warum denn? Was hab ich euch denn getan? Oh, ich hasse das. Warum, warum sind so alte Spiele, warum, warum sind die so teilweise so ätzend, was so Geräusche und sowas angeht? Das geht mir bei Silent Hill auch schon so auf den Sack. Wirklich. Mit dieser Schule da, die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Oh Gott. Äh, in dieser Schule da, die ganze Zeit dieser, 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 diese Schulklingel. So ätzend. Und hier genauso. Ihr spinnt doch. Da wieder war wieder so ein Eckenpenner. Nein, kein Heckenpenner, sondern ein Eckenpenner. Ihr habt schon richtig gehört. Oh Gott, das kann ja heiter werden. Die ganze Zeit dieses Geräusch jetzt wieder an der Backe. Oh, der hat einen Medipack fallen lassen, sehe ich gerade. Möp, 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 möp. Gar nicht nervig. Gar nicht nervig. Ich krieg selbst Mordgedanken, wenn ich das die ganze Zeit ertragen muss. So, okay. Hier können wir uns langhangeln. Ähm, Lara? Langhangeln? Okay, so. Okay, okay, runter da. Ein pinker Knopf und es hat aufgehört, eklig sich, eklige Geräusche zu machen. Hä? Ach, das ist gar kein Knopf. Was auch immer es dann ist. Ich weiß es nicht. Oh, ich liebe es, wenn die Kamera in diese Perspektive wechselt. Ich liebe es. Okay, muss ich mich hier irgendwo festhalten? Was? Hä? Was zur Hölle? Ich habe es überhaupt nicht kapiert gerade. Was muss ich machen? Äh, 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 ähm. Ja. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich, wo kann, wo soll ich mich denn da festhalten? Man kann sich hier nirgendwo festhalten. Da geht's einfach mal runter. Und zwar ganz tief. Da an der Seite. Aber da komme ich ja nicht hin. Nee, nee, sorry, aber das raffe ich jetzt mal gar nicht. Ich meine... Hä? Hä? Vielleicht drückwärts? Okay, da sind auf jeden Fall so... ...so Dinger, die wegbrechen nach einer Zeit. Vielleicht hilft uns das ja irgendwie. Ich bin gerade sehr überfordert. Ich meine... Hier kommt die ganze Zeit diese spannende Musik. So von wegen, du musst irgendwas machen. Und ich bin schon... Habe schon Probleme damit, nicht einfach nur runterzufallen und... ...einfach zu zerplatzen auf dem Boden. Irgendwie ändert das hier nichts. Es ändert gar nichts. Vielleicht muss ich hier... ...noch irgendwas machen? Da komme ich ja nicht hoch. So gerne ich es hätte, ich komme da nicht hoch. Aber hier komme ich hoch. Hier ist aber nur eine Rakete. Gott sei Dank keine rote Rakete. South Park Insider. So. Erklärt mir, was ich machen soll, Leute. Ich kapiere es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ach, warte mal, warte mal. Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Als hier runter zu rutschen. Man könnte versuchen, drüber zu springen. Ja. Alter, was ist das für eine kranke Stelle? Ich kann hier ja nichts machen. Ich kann mich ja nicht bewegen. Ich kann ja nicht warten. Es geht so schnell, wenn dieses Ding runterplatzt da. Ich kann ja gerade so mich wieder... Ich kann mich ja nur gerade so wieder aufrappeln. Aber ich kann nicht weiterspringen oder irgendwas. Ich könnte... Warte. Achso. Achso, 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 achso. Achso, achso. Wir kommen der Sache näher. Also, ich muss mich einfach nur... Rückwärts. Also, ich muss rückwärts... Ups. Ähm. Warte. Ich muss so tun. Oh, nein, so nicht. Drehen wir uns lieber vorsichtig um. Und speichern jetzt nochmal. Und jetzt... Halte ich mich fest. Lass mich fallen. Mach's so. Nein. Das hat auch nichts gebracht. Aber... Ich könnte so machen. Ich habe keine Zeit, mich umzudrehen. Aber ich muss doch Zeit haben, mich umzudrehen. So prall ich nur von der Seite ab. Vielleicht so, 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 so. Nein. So auch nicht. Die Musik nervt, ey. Ich mach die gleich aus. Was passiert denn, wenn ich einfach stehen bleibe? Dann werde ich zermanscht. Ah. 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 Ich glaube, ich habe es kapiert. Yay. Und jetzt? Nein. Obwohl. Warte. Erstmal weitermachen. Okay, okay, okay. Warte. Eine Waffe. Wow. War das so gedacht? Ich habe keine Ahnung. Speichern. Alter, was ist das für eine geile Stelle? Da unten ist auch noch was. Da komme ich da hin. Ich nehme das und dann hole ich das pandemic.